Junge! Es bleibt nicht offen, ich muss jetzt schon wieder hoch. Oh, hier sind ein paar Dudes vor meiner Nase. Ja, ach nee! So, wo sind wir auf dem Weg? Wir machen Seemannsgarn, ne? Äh, ja, wir müssen nach Leisbeck gehen. Oh, wir müssen ein bisschen weiter nach Nordwesten. Oh, ja, gut, ich mach schon. Machst du? Sehr schön. Ich mach schon. Ja, genau, wir machen halt Seemannsgarn. Ich muss ganz kurz an dem Felsen vorbei hier. Ich guck mal nach oben, ob irgendwelche Spieler in der Nähe sind. Ja, da hinten ist ein Schiff, aber die sind echt weit weg. Ich glaub, das sind die von vorhin. Ich guck mal, wie es aussieht, ob wir noch auf dem Kurs sind. Ja, du fährst perfekt drauf zu, das müsste die da hinten sein. Jaja, sie ist bestimmt zwischen diesen Felsen. Ich erinnere mich. Was ist eigentlich der Strudel da? Dieser Tornadomäßige Strudel aus rotem Licht. Weiß ich nicht. Können wir, nachdem wir fertig sind, gerne erfunden. Müssen wir noch auschecken. Wir haben sehr viel auszuchecken auf dieser Karte, mein Lieber. Wir haben ja auch noch nicht so viel Spielerfahrung. Ist das denn der Dreimaster? Jaaaa! Schön, dass du sein Dreimaster. Ich glaube, das ist ein NPC-Schiff, also sieht aus wie ein Skelettschiff. Aber ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung von dem Game. Äh, was soll hier sein? Laut dem Seemannsgarn. Wenn sich diese Rathe irgendwo verbrochen hat, dann in seinem alten Versteck auf Laias Backbone. Also hier soll hier ein Versteck sein. Dann sieht nicht so aus. Mal gucken. Ah, hier wahrscheinlich irgendwas, oder? Hier? Ah, guck mal! Oh, du hast es schon. Ja, ich hab's gefunden. Oh. So. Guck mal, wir müssen Rätsel lösen, mein Lieber. Lord steht hier. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Aschgrauen Lords werden entporsteigen. König Flamehearts Armee wird zurückkehren, steht hier an der Seite. Warte mal, äh, ich glaub, warte mal. Jetzt hier hinten ist bestimmt... Ist hier das Zeichen für Lord? Boah, was ist das? Da ist auch, warte, lass mal das, lass mal das. Das in der Mitte ist Lord jetzt. Mach mal jetzt. Warte mal, da steht Flame. Hast du nicht auf dem Ort gehabt? Ja. Das ist Flamme, dann ist das... Lord. Lord Flameheart, ne? Ja, dann ist es Lord Flameheart. Und was? Ja. Das war's. Möchtest du den Schlüssel? Nämlich? Ich hab' den Schlüssel, äh, ich hab' die Seiten genommen. Wir müssen neue Seiten. Ja, eine neue Seite. Hier, nimm du mal das hier und ich lese die Seiten. Okay, können wir mal so machen. Machen wir ja mal so. Oh, sieht schön aus. Was ist das? Da ist das Königssymbol drauf, oder? Oder ne, das Herz? Was war das? Hart? Der Preis der Gier. Flame. 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 Okay. Also, wir müssen zu Usher, äh, Devils First hier. Das ist diese. Okay, 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 okay. Und wir müssen schon mal so ein, äh, Kälchen, äh, äh, Strand finden. Auf dem Nordstrand. Fahren wir gut drauf zu? Ansonsten sieht's ganz gut aus. Oh, wir fahren schön. Wir fahren tatsächlich sehr, sehr gut. Fahren wir genau drauf zu, ja. Ja, aber wir steilen auch gerade auf Frau Selken. Bringst du ein bisschen zu? Ich gucke. Ich gucke. Ja. Das ist nämlich irgendwo gegen Ballon. Er ist noch, ist noch weiter genug entfernt, aber trotzdem. Na, na halt, tschüss. Mach's gut. Ich spiel für dich noch ein. Mann, dieses Segel, Alter. Wir sehen uns. Auf dich, trinke ich ein. Werde ich dich umbringen. Ich hab kein Alkohol mehr. Warte, ich gehe jetzt nach. Jawoll. Das wird wehtun. Ah, scheiße. Ich war zu sehr mit dem Saufen beschäftigt. Das hab ich mir gedacht. Du verdammtes Arschloch. Mach dir mein Schiff kaputt. Wir fahren wie auf Felsen zu. Scheiße. Ja. Oh, ich kotze. Oh, ich komm nicht hoch. Scheiße. Aber du machst schon. A few moments later. Laterne, ich möchte das hier anzünden. Möchtest du da runter, ne? Ja, Kelch anzünden. Was passiert jetzt? Oh, da hinten gehen Sachen an. Da hinten geht Licht an. Wo? Wo ist er? Der Kollege. Ah, ich hab's gefunden. Ich komme. Wer ist er denn hier? Weiß ich nicht. Mach auf die Scheiße, ey. Rein in seinen Mund. Wir müssen irgendwo langsam wieder Luft holen. Flameheart. Da müssen sie den Luftblasen. Wir klauen eben alles, den Hund. Kann ich da Luft abnehmen? Ja. Oh, hier ist, hier ist, hier ist Luft. Wer wäre denn hier? Ja, ja. Hat er auch was von der Schicksil Christi gelabert? Ja, aber wir klauen die. Wir klauen eben alles, den Jungen. Er klauen sein Hose. Nicht nur die. Den in den Hose auch. Die Hose, oh, ey. Auch das, was drin ist. Wahrscheinlich sind wir bei einem kreisgeschwommen. Ich sag's dir, so wie es ist. Ich würde das zutrauen. Ich würde das dem Game gelabern und uns zutrauen. das kann ich das war nicht schwer ich wäre an deiner stelle vorsichtig ja das war super schwierig ich bin auch sehr beeindruckt von beiden fallen und rein ich gehe es einfach hoch ach so darum ja oder wahrscheinlich war doch nicht sieht ganz danach aus junger was eine geile location ist nicht schon wieder rätsel ich brandbomben 24 stück let's go bewaffne dich hier geht's auf wo sind der letzte kopf davon zum letzten kopf haben gewonnen habt geöffnet ach so geht das du bist ja richtig schlimm aber ich brenne ha opfer auch kein essen easy peasy squeezy deezy was aber der für eine scheiße ich weiß es auch nicht ja los die als brenner ist ja das ist mein tod jetzt bei essen essen hier drinnen ich hab mir kokusnuss geklappt ist auch eine kokusnuss wir essen junge ich brenne wegen dir wieder verpiss dich bitte es bleibt nicht offen ich muss jetzt schon wieder hoch auch hier sind ein paar juts vor meiner nase ja auch nee bleib auf jeden fall nicht offen du bist es einfach ich bin einfach gott in diesem game ich mach dich laschen zu valorant training macht man das nochmal oh scheiße ich posaune hier wo es raus und veräben übelst mach dich bereit da durchzulaufen oh mein gott ich spring nicht rüber während die hochfahren Bis zum nächsten Mal.